Hallo, hallo, hallo. Ich sitze hier mit dem lieben Max, der war drei Jahre lang an einer Kette bei einem betrunkenen Mann. Und der sitzt jetzt auch bei mir und zittert. Aber ein recht sanfter, der sich wie Weibern gut versteht, mit Katzen. Und, mei, er zittert so. Aber bei männlichen Runden möchte er manchmal dominant sein. Also bitte, das ist der Max, ungefähr dreieinhalb Jahre alt und wartet auf ein Zuhause. Ein ganz ein Hübscher. Warte, ich filme jetzt einmal den Max. Max! Mad, der zittert. Ah, mein Bub. Nein, ist der süß. Er war so gay.